Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir suchen nach Informationen in Aschagia zum Admiral Nadia. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Unauffällig nach Informationen. Diesmal am besten ohne irgendwie suspekt zu wirken. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich darf hier sein. Okay, hier können wir nur was einsammeln. Untersuchen. Aha. Okay. Ja, ich weiß. Ich glaube, zwischen uns da ist ein Keil in die Freundschaft getrieben worden. Und allzu schnell wird sich dieser auch nicht mehr lösen. Wegen dem, was gewesen ist, also... Aber ich gebe mir Mühe, dass wir irgendwann wieder Freunde sind. Ich darf hier vorne noch hin, ne? Ich darf nur nicht da rein. Aber ich darf hier rum. Wie viele hier mit dem Emir gekämpft haben, 38 und Speer den Rücken gekriegt haben, das ist der Wahnsinn, ne? Also hier waren ja so einige mit dem Emir im Gange und haben gerangelt und Speer den Rücken gekriegt. Das muss irgendwie so das Ding vom Emir sein. Der muss so denken so, oh, Speer den Rücken. Das ist voll meins. So, jetzt untersuchen wir hier nochmal den Toten. Ja, einmal unterm Rock fassen. Ist eine Frau. Eindeutig. Eine Nachricht, die alle Lieferungen an einem Ort im Süden umleitet. Am Tigris. Diese Lieferung soll die Stadt verlassen. Lieferungshinweis. Lieferung, welche die Insignien des Kriegsfürsten tragen, müssen umgehend zum Lager südlich des Tigris weitergeleitet werden. Ohne Ausnahme. Admiral Nadir. Gut, äh, dann dürfen wir jetzt weiter wandern Richtung Tigris. Moin. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Blöder Hammel. So ein unfreundlicher Genosse. Wir waren damals beste Freunde. Wir haben im Sandkasten zusammen gespielt und Sandkuchen gegessen. Was ist aus den guten alten Zeiten geworden? Ich, unschuldiger Engel, werde hier jedes Mal wieder diskriminiert. Was? Ich hab noch gar nicht geklaut. Das sind ziemlich harte Unterstellungen, finde ich. Da hinten könnten wir uns Bildung holen. Weg da. Wo studieren. Das Heer der Abasiden. Die Abasiden-Kalifen unterhielten ein umfangreiches Berufsheer. Seine Hauptaufgabe bestand eher in der Verteidigung und weniger in der Erweiterung der Grenzen des bereits enormen Imperiums sowie der Sicherung des Fortbestands der Dynastie. Entsprechend der ethnischen Diversität des Abasidenreichs setzte sich das Heer des Kalifen aus Regimentern verschiedenster Volksgruppen zusammen. Im 8. Jahrhundert stellten Soldaten aus Khorasan, aus Iran und Usbekistan, welche den Aufstieg der Abasiden unterstützt hatten, den Hauptteil des Heeres, während in anderen Einheiten Araber aus anderen Garnisonsstädten und Krieger der Zansch aus Südostafrika vorherrschten. Im 9. Jahrhundert wurden die Khorasani, die nach ihrer Beteiligung am Bürgerkrieg von 811 bis 813 als zu gefährlich angesehen wurden, durch Gilman-Regimenter aus versklavten türkischen, slawischen und kaukasischen Soldaten ersetzt. Diese Berufsarmee zählte Zehntausende von Soldaten, die vor allem in städtischen Unterkünften überall im Imperium wohnten. Eine kleine Mehrheit von ihnen waren Fußsoldaten, die mit Speeren, Äxten, Kompositbögen und runden Helm ausgerüstet waren. Der Rest war eine Elite-Kavalerie, bestehend aus Reitern in Kettenrüstung, die mit Speeren, Äxten, Krummschwertern und Bögen bewaffnet waren. Im Kampf preschten diese hinter einer Wand aus Infanteristen hervor, um vernichtende Angriffe auszuführen. Die meisten Kampfhandlungen waren jedoch kleine Überfälle im Grenzgebiet und Belagerung, bei denen einige hundert aber Siten-Soldaten gegen ähnlich ausgestattete Gruppen aus Bizanz, Tang und Nordafrika kämpften. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die neuen Berufssoldaten ebenso darauf aus waren, sich finanzielle und politische Vorteile zu sichern, wie deren Vorgänger, die Khorasani. Als Kalif Al-Mutawakil 861 versuchte, ihn diese Vorteile wegzunehmen, wurde er von seinen eigenen Wachen ermordet. Darauf folgte eine Zeit der Anarchie, in welcher verschiedene Militärfraktionen um Einfluss und Kontrolle rang, um dabei Kalifen stellten und stürzten. Nach dieser chaotischen Zeit kam das Abbasidenreich nie wieder völlig zur Ruhe. Ja, ich sag mal, dass der ermordet wurde oder zu seiner Zeit, als er versucht hat, ihn die Rechte und Möglichkeiten wegzunehmen, hätte er davon ausgehen können eigentlich, mit ein bisschen logischem Nachdenken, dass er gestürzt wird, ne? Ja, ja. Ich meine, er muss ja damit, er muss ja eigentlich damit rechnen. Ich hab da so eine eiskalte Killer-Truppe an meiner Seite und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ich nimm denen die Rechte weg und ach, die werden das schon verstehen. Das ist schon in Ordnung. Wenn ich das, ich meine, ich bin Kalif, wenn ich das sage. Hm, ich weiß nicht. Ich hätte das vielleicht irgendwie anders gehandhabt an seiner Stelle. Er hätte ja auch neue Arbeitsverträge machen können, wo einfach weniger Rechte drinstehen, ne? Für die Leute, die neu anfangen und die anderen, die hätte er, äh, weggesperrt. So, wir sind da. Es wird Zeit für Enkido. Erstmal gucken, da haben wir Bogenschützen. Die haben ja irgendwie ständig Bogenschützen hier. Ich bin mir nicht sicher. Also die Möglichkeit besteht, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Okay, da oben haben wir einen Türm und hier haben wir glücklicherweise ein Loch im Zaun. Erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen. Den ziehen wir uns hier hinten hin. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil da so viele auf dem Haufen sind. Müssen wir da wahrscheinlich ein paar Mal pfeifen. Das pfeifende Gebüsch. Ja, bitte. Ich nehme mir einen Moment Zeit, um mir deinen Kummer anzuhören. Das ist nicht sehr redselig. Der hat keine Lust, sich mit uns zu unterhalten, der Gute. Habt ihr gesehen, wie schön die Kiste glänzt hat? Der Nächste, bitte. Nein, Leute, nicht die Glocke! Wo ist der, der die Glocke läutet? Scheiße! Okay. Das war leider nicht so invisible, wie ich mir das erhofft hab. Ja, leider macht Basim nicht immer das, was ich unbedingt möchte. Drei, vier, fünf, ja. Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die jetzt rausgelockt wurden. Zu weit weg, ne? So. Der trifft halt immer, ne? Okay, trotz des letzten Anhaltspunktes kommt er einfach nicht hinterher. Ist ja frech. Ja, kann man so sehen. Schwert der Verborgenen. So, da bin ich wieder. Bin zurück, wie du's gesagt hast. Den nehmen wir jetzt auch noch weg hier. Ja, da muss ich wahrscheinlich mal, äh, ein Munar bestechen, dass der mal die Wahrheit über mich erzählt, ne? Kann mich ja hier nicht einfach als, äh, krimineller hinstellen lassen und das so stehen lassen. Das ist ganz schön groß, der Hafen. Ähm... Da sind ein paar mehr. Kann ich? Ich kann nicht weit genug werfen, ne? Mitnehmen kann ich den wahrscheinlich auch nicht. Darüber auf... Doch. Oh, cool. Ja, da ist jetzt nur noch einer. Toll, toll. Wunderbar. Und er will die Glocke läuten. Nein. Ja. Ach, Mann. Die ganze Mission ist zum Scheitern verurteilt. Ich muss noch mal fliehen. Irgendwie muss ich das ein bisschen geschickter angehen. Ist auch dumm. Der hat dir... Der zeigt dir einen Wurfbogen an, ja? Wo du das... Den dämlichen Feuerkrug hinschmeißen kannst. Und wo schmeißt du den rauf? Auf die Schnur. Auf das Seil, wo wir draufstehen. Ja, höchstwahrscheinlich. Wir gehen jetzt andersrum rein. Mir reicht das jetzt von der Ecke. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, gegebenenfalls müssen wir hier mit ein bisschen mehr Geduld rangehen. Das ist so... Nein, nicht der Flammenwerfer. Moin. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das diese Folge noch schaffen werden, diese verkackten Arven zu durchsuchen. Ich stelle mich gerade so ungeschickt und dämlich an. Alter, da bin ich voll mit euch, ne? Da bin ich voll mit euch. Ich bin gerade sowas von dämlich. Das unterstütze ich. Also das unterschreibe ich sofort. So, jetzt haben wir die alle wieder vorne. Ich bin gleich schon der meistgesuchte Verbrecher hier. Jetzt darf ich mich bloß nicht mehr vertippen hier, dass ich statt, äh, Pfeifen aufstehen drücke. Mal lieber zweimal auf die Tastatur gucken. Ja, schau, was da passiert ist. Er trainiert da hinten einfach seelenruhig weiter. Bleiben die jetzt hier? Oh nein, er kommt da nicht weg. So rum, ne? Ja. Okay, vielleicht sollten wir das nutzen, wenn hier so viele stehen. Wir können ja bis fünf Leute, wenn wir das wieder aufgeführt haben, können wir bis fünf Leute zeitgleich wegnehmen. Okay, der sagt hier zehn Meter. Jawohl, Sir. Wenn er das sagt, dann müssen wir schon hören, ne? So, die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Komm schon, Basim. Oh. Der Gude macht mich heute ziemlich fertig. Also von der Steuerung her. Aber wo machen wir auf, wenn da verriegelt ist? Hier kommen wir nicht rein? Ach, ich muss ja den guten rauslocken. Ah, ja, ja, ja. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass der hierher gucken könnte. Ja, jetzt guckt der andere natürlich auch noch. Okay, jetzt haben wir noch einen da hinten. Einen hier hinter den Kisten. Oh, das artet so ein Buchenstress aus. Was? Ich lasse dich deine Milz fressen. Äh. Ist ja widerlich. Das war wichtig. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir... Oh, wir können ja hier reingehen. Das wird jetzt keiner mitkriegen, oder? Äh. Äh. Wo willst du hin? Ne, der ist, äh, minimal tot. Ein bisschen tot. Äh, nur ein bisschen tot. Okay, es hat ihn getriggert, aber nachgucken möchte er auch nicht. Jetzt nehmen wir den hier vorne weg. So, das läuft doch jetzt schon wesentlich besser. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht, äh, nix gejinxt, aber... Der Admiral legt viel Wert darauf, sein Modellschiff vor dem Feuer zu schützen. Scheiße, irgendwer hat mich gesehen, glaube ich. Nein, das machst du nicht. Nein, das... Ich habe es gejinxt. Puh. Mist, Kerl. Oh, Gottes Willen. Das hat der Nächste gesehen. Okay. Bis hier... Bis jetzt läuft es noch relativ gut. So einigermaßen. Ja. Nicht, wenn ich dich zuerst kriege, mein Freund. Hab dich. Du bist dran. So. Okay. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Oh, nein. Verbrenne das Modellschiff, um Admiral Nadir herauszulocken. Wollen wir nicht vorher noch da hinten die, äh, die Wachen töten? Wäre das nicht sinnvoll? Hey! Jetzt stirbst du! Wozu habe ich denn sonst diese Giftmesser? Und ich kann die jetzt auch wieder einsammeln, ne? War dem nicht so? Ah, ha, 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 ja, sehr schön. So, dann kredenzen wir uns noch hier die Kiste. Okay, da ist der Admiral. Ja, äh, da kannst du lange drauf warten. Hier ist keiner mehr zum Abriegeln. Und, stirbt er davon? Er sieht nicht aus, als ob es ihm gut gehen würde. Okay, der macht gar nichts mehr, ne? Angenommen, er würde... Oh. Ist es echt überlebt? Ein Brief von El Mardihoa über fehlende Lieferungen an die türkischen Söldner. Der Admiral hat sie bestohlen. Der Hafen war ja der... Das war ja der reinste Kramp. Es ist eine weitere Ladung, Heeresvorräte verschwunden. Das ist das zweite Mal in ebenso vielen Monaten. Ich brauche dir nicht zu sagen, was die Folgen wären, fände der Kalif heraus, was diese Lieferungen beinhalten. Der Hafen und alles darin ist in deiner Hand. Ich mache dich persönlich dafür verantwortlich, was dorthin durchkommt. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine vollständige Auflistung davon, was im letzten Jahr Ashakia erreicht und verlassen hat. Auf meinem Schreibtisch vorzufinden, stelle meine Geduld nicht auf die Probe. El Mardihoa. El Mardihoa. Dichhoa. Einer wäre erledigt. Nun zu Aroch. Oh, da hinten wäre... Oh. Ich dachte, ich habe sie alle gekillt. So. Weitere Kistchen haben wir nicht, aber wir können ja einmal hier oben noch schnell... ...ein bisschen was mitnehmen. So. Sorgfältig gefalteter Brief. Al-Aashma. Die Gerüchte, die meine Vergangenheit in Frage stellen, verbreiten sich weiterhin. Ich habe die Verantwortlichen noch nicht gefunden. Ich bin sicher, dass meine Sorgen... ...Sorge verstehst. Ich nehme an, du hast recht und es ist ein Glücksfall, dass sie während seiner Abwesenheit von Ashakia aufgetaucht sind. Doch ehrlich gesagt ist dies nur ein schwacher Trost für mich. Irgendwann werden die Gerüchte auch an seine Ohren dringen. Jeder Rat von dir wäre höchst willkommen. Al-Ruch. Ja. Ah. Hm. Das wusste ich jetzt nicht. Äh. Ich würde sagen, wir werden Al-Ruch da Hilfe geben. Weil Ashma ist ja leicht verhindert. Also der wird es nicht zeitlich schaffen, da irgendwelche Ratschläge zu geben, ne? Da müssen wir mal in Vertretung gehen. Hm. Drücke O. Ja, das wäre ja soweit. Jetzt gehen wir da weiter. Jetzt kommt ja der nächste Ganove dran. Jetzt kommt ja Al-Ruch. Der Nervöse. Der Nervöse Große. Jetzt haben wir hier ein paar Meter vor uns, ne? So. Kommen wir doch schneller ins Ziel. Schwierigkeit. Ich bin ja auf Warnungsstufe 2 und muss jetzt hier an den Wachen vorbei. Und hier ist kein Zettel. Da wäre ein Munar gewesen. Direkt bei dem Wachen. Nö, nicht unbedingt. Ich ruf keine Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh, toll. Die Wikinger kommen. Jetzt röste es so mal ab. Du machst mich heute fertig. Ich kriege hier noch einen Nervenzusammenbruch mit dir. Leck mich am Arsch. Und ich habe schon zweite Verhandlungslevel fast wieder voll. Ich würde mich gerne bei Gelegenheit mit dem Munar unterhalten. Anstatt, dass ich jetzt hier tausend Plakate suche. Zwei. Eins, aber vielleicht zwei. Bis dahin. Ich sollte nicht wieder das Harisha von letzter Woche zu essen. Da wäre noch ein Plakat. Am besten bleibe ich im Schatten. Boah, Herrgott, noch eins. Und der Restbalken verschwindet von alleine. Mit der Zeit. Oh, was ist das? Eine Basi macht mich heute so fertig, ne? Ich drücke springen, er bleibt stehen. Ich sage C, also ducken oder runterklettern. Er macht es nicht. Ich drücke nach links, er springt einfach runter. Gott, oh, Gott, oh, Gott, ey. Was für ein nervenaufreibender Tag. Das war schon dezent anstrengend. Geh doch weg, du alter Esel. Oh, jetzt haben wir den Zweiten im Visier. Das heißt, den Leader werden wir ja wahrscheinlich demnächst kriegen. Wir sollten aber noch mal Elixiere kaufen. Oh Gott, wir haben gar keinen Händler hier in der Nähe. Keinen Händler. Die Händler werden mir gerade sowieso nicht angezeigt. Weil ich in der Mission bin? Die Kiste ist hier drin, ne? Bei der großen Garnison. Da kommen wir ja später sowieso noch hin, denke ich mal. Gut, kein Händler in der Nähe. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aha. Hervorragend. So, kleinen Moment. Ah. 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 Ah, sehr schön. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Hi. Schauen wir mal, was du hast. Bitte. Sieh dich um. Die dürfen dir auch nicht ausgehen. Vielen Dank. So, jetzt können wir aber auch mal ein bisschen verscherbeln, würde ich sagen. Weg. 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 Allen Plunder verkaufen. Ich weiß nicht, brauchen wir nicht die Federn irgendwann? Aber ich denke mal, wir werden ja sowieso irgendwann wieder welche finden, ne? Also von daher. War es das für das Erste? Ja, ja. Das war's. Dankeschön. Sehr nett. Ich muss aufbrechen. Das war mir eine Freude. Ja, sehr gerne. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ne? Ich hab das eigentlich erreicht. Ich bin nur mal kurz gucken, wo müssen wir denn hin? Das scheint groß zu sein. Hm. Ei, ei, ei. Da haben wir was vor, ne? Äh, vor uns. Äh, sollten wir uns aber geschickt klar anstellen. Oder ich für meinen Teil. So, wir gehen das nächste Mal weiter und werden den Strategen Jasua, äh, natürlich töten. Und finden und suchen und da rausholen und eliminieren und terminieren und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020